Einen wunderschönen guten Morgen. Herrlichstes Wetter. Wir haben jetzt kurz vor acht. Wir sind jetzt heute ein bisschen später los als jetzt mal, ob Pascal noch ein bisschen arbeiten musste. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Skibus. Snowboards liegen schon parat. Rucksack ist gepackt. Kaffee ist vorbereitet. Kann nichts mehr schief gehen. Wir melden uns gleich von oben bzw. von der Fahrt dahin. Bis gleich. Wir haben es in den ersten Lift geschafft. Es ist ein hammergeil. Das 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 war wichtig. Das ist ein hammergeil. Das war wichtig. Das war wichtig. Die Untertitelung des Wettbewerbs. Wir sind jetzt auf dem Berg angekommen, wollten eigentlich gerade zum Schillthorn hochfahren, aber da uns das Ruf ein wenig zu voll ist, haben wir uns dazu entschieden, jetzt erstmal hier eine heiße Schokolade zu trinken und dann weiterzufahren. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 6, 1, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! 8, GO! 8, GO! Musik 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 Alles gut? Aua! Musik 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 Hallo! Ein langer, anstrengender, teilweise schmerzhafter Tag liegt hinter uns. Wahnsinnig gutes Wetter, wahnsinnig viel Spaß auf der Piste. Ich hoffe euch hat es auch gefallen, was ihr gesehen habt. Ja, uns bleibt nur noch zu sagen, schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen. Ciao! Musik 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 Musik